jo leute willkommen auf meinem kanal heute zeige ich euch mal wieder den shop der sieht dann so aus als erstes zeige ich euch mal bei den vorgeschränkten gegenstände bei der seite als erstes haben wir dann mal wieder oblivion oder oblivion keine ahnung das ist so omega weiblich für 2000 vorwachs passend dazu hat sie dann noch einen hängegleiter der sieht dann so aus der nennt sich terminus für 1200 vorwachs dann kommen wir mal zu den täglichen gegenstände dann war als erstes night rider also der erste skin der ist night rider für 1500 vorwachs an zweiter stelle haben wir dann eine spitzhacke die nennt sich pümpelhacke für 800 v-bugs oder v-bugs ich weiß es auch nicht dann haben wir noch ein skin die nennt sich rote verteidigerin für 800 v-bugs die sieht dann so aus dann haben wir noch mal diesen bettepass stern da dann haben wir noch mal ein emote der nennt sich ballkunst für 500 vorwachs und schauen wir mal einfach mal rein das ist der emote und dann gibt es noch mal einen neuen emote der nennt sich komm doch für 200 vorwachs und dann schauen wir einfach mal rein das ist der emote zeig ich euch dann nochmal aha guck mal seinen blick ihr findet ihr so den emote schreibt schreibt unten in die kommentare für 200 vorwachs ist wirklich sehr sehr wenig also wenn man den holt dann macht man auf jeden fall nichts falsch ansonsten war es das mit dem shop vom heutigen tage ich hoffe es hat euch gefallen lasst ein like da aber natürlich muss sein und ansonsten tschüss